Hallo und herzlich Willkommen in mein Musikzimmer. Heute spielen wir Fingerkraftübungen, damit wir schnelle Finger bekommen. Wer mitspielen möchte, kommt her. Beide Hände sind in C-Grundstellung, beide Hände spielen die gleichen Töne. Wir spielen langsam Takt 1 bis 4. C, D, I, C, D, E, F, D, E, F, E, E, D, 2, 3, 4. Du hast gemerkt, es geht immer zwei Töne aufwärts und dann kommt ein Sprung abwärts. Nochmal. 1, jetzt Sprung E zum C. F, D, G, E. Takt 5 bis 8 ist gerade spätelbildlich. G, F, E, F, E, D, E, D, C. Ab Takt 5 geht es immer zwei Töne abwärts, dann ein Sprung nach oben. F, E, jetzt D, F. Wir spielen die ganze Zeit von vorne. Und. G, F, E, D, G, E. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nochmal von vorne Sprung C, E, G, E, C, G Jetzt nebeneinander liegende Töne Takt 5 bis 8, wieder Sprünge, diesmal abwärts G, C, E, C Nochmal Takt 5 bis 8 Sprung, 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 G, C Sprung zum F Sprung zum G und C Gut gemacht! Nochmal die Nummer 2 G, C, G, E, G Und noch schneller Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es noch schneller spielen könnt und verlinkt es, dass wir es hören können, wie schnell ihr eure Finger bewegen könnt. Ich wünsche euch Happy Playing und sage für heute Tschüss, bis zur nächsten Klavierstunde.